guten tag und was geht ab zurück zu einer folge von ramos 64 spiel auf outback im modus unterwegs aber nicht alleine sondern wir sind zusammen am start mit paul und pascal was geht ab leute seid ihr bereit schon wieder gegen vier zu kämpfen was er kam der pizza schon wieder gegen vier so wie das letztige auch also wenn ihr das letzte game gesehen haben und ich gehe davon aus dass sie das letzte game gesehen hat es war einfach epic der letzte kill guckt euch einfach an die große krabbe ramos nach einer wunderschönen Prozent noch entspannten Runde kapitänische Runde so erhältlich sind oben da hat er das ist ja überraschend alter und die haben bitte weiter wo wir haben auch sie woche gewandert zu lassen was mehr Euro der Teil seiner Scheißfähigkeit rum dumm dumm ach auch morgen ach komm jetzt gleich auch noch auf den der Klinik dafür tötet ich ihn jetzt also Sportlich ja da bin ich gar nicht gespawnt sind als der Tankstelle ist das Kompassiert dass das ist ja krass mann ich weiß gar nicht wie ich darauf reagieren soll alter ganz dazu hier links ist nicht reinforced warum ist dann auch in der tür weil ja gerade dadurch meine drohne gekillt hier ist jäger direkt und peter schon genau um die ecke kommen sie piken sie piken sie piken sie aber sie hat meine kennt was wenn sie auch piken sie langsam dass niemand der piken könnte aber jetzt hat man sich auch noch meine andere kennen hier ist der dropper offen von links ist der ist der jäger genau da nähe ich nähe andere seite ist ja so da ist niemand mehr doch jetzt wieder also die seele schon unterstützen du kannst ihn gar nicht treffen auch da bei den stairs da aber nur auf der anderen seite jetzt ihr seid beide so tot und ein bisschen in not die alle wir hatten eine schott gab sie ist bei mir mir ist da wird irgendwo ah ich habe ihn noch mal erlob dass er ist oben durchgelaufen der seite riding like a shotgun John und so besser er wird es nur was man hätte die Spiele tatsächlich mit Kopfhörern war weiter bei mir macht das eh kein Unterschied man ich habe ihn scheiß Prozent Uiui Wow und vor allem kann ich keine Campos mitfahren treffen aber weiter das da man das ist schon echt traurig aber weißt du doch nicht wieder dann der Twitch drohen auf Silber zu kommen da war ne Vakry unten Mute man ich wusste nicht was ich tun soll außer außer versuchen sie zu erschießen man noch fünf Sekunden Mann Alter ich war doch völlig lost man was hätte ich denn tun sollen Mann Crap Elf versucht mich zu spawnpicken Wo sind die eigentlich? Oben Fall wieder Du gehst da rein Da rein? Ja Nö ist mir zu unsicher ich gehe auf der anderen Seite rein Warte ich drohne Auch Treppe runter? Treppe runter ist auch clear Ich passe auf Ich lasse Jetzt nicht mehr Nice Ich habe körperlich ein paar Problem mit der Alibi hier Hast du den Korb verpasst? Da waren ein paar Beziehungsprobleme Ich habe den Mute angefrackt hinten drin Nachladevorgang Kann der Stuhl mal umklicken? Äh da ist ein Leasen Leasen ist da Ja ja bleib einfach bleib einfach Ich hab Kommen mal zurück Ich kann mal zurück Genau aufkriegen Wie gesagt einfach chillen Ich hab Wenn er kommt habe ich ihn Und entdeckt Da steht noch eine Clamer Ablesen Da steht noch eine Clamer Ablesen Da steht noch eine Clamer Da steht noch ein Pascal Das steht auch ein Pascal Wir machen das schon Da oben ist ein Mercury EI Ah Da kann man ja wegklau ich Mal kurz mal checken Hier oben ist noch eine Cam Hallo Mute Tschüss Mute lassen wir mal durch die runde die war aber mal über die ganze entspannt so habe ich gerade für die runde 3 ist bekommen ja alter werden jetzt sagen die alibi versuche die ganze spiel ist aber recht schweiz und hat sich durch tankstelle sporen der sportstelle nicht nein ich werde nachher noch weggeholt ich werde nachher noch weggeholt ich kenne das spiel das ist richtig das weiß ich und da sie auf den anderen spot nicht oben sein können nämlich ich halte die sind unten mann ja mal adi das ja die haben die euro oben was für auch der von der stunde die alibi und die kürzmann also jetzt ist es ein bisschen Instant dead again. Instant dead, haha wow. Den verstehe ich nicht. Die haben Mute, äh die haben Lesion. Oh shit Sherlock. Wo ist, wo ist mein Monty? In der Disco. Support euch über der Drohne. Disco, Pogo. Länger, länger, ding. Gehst du heute noch? Ja, ich hab gewartet bis Erde ausge... Gute gespottet. Ich sehe bis hier jetzt nichts. Cam down. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht drüber sehen. Hier vorne ist eine Goodtrap bei mir. Ich stelle hier mal eine Clever an. Der ist das Clear, äh genau vor meiner Drohne, wenn du mal guckst. Toll. Genau hier vor meiner Drohne, das ist eine Good. Oh ja. Nice. Hat noch jemand eine Claimor? Ähm genau mittig von der Stairs hier vorne, ich bin in der... Was geil Bruder, hast du eine Claimor? Hier hin? Äh nein. Ah scheiße, muss ich aus. Ist jemand oben die Stairs hoch? Nee, nicht, dass ich gesehen hab. Aber hier ist alles zu, das ist gut für uns. Ich mach hier mal auf. So, ich kann weiter Drohnen. Jetzt keiner. Meine Drohne. Meine Drohne ist weg. Oben ist keiner. Scheinbar. Oben ist Clear. Digga? Alter. Ähm, hat jemand eine Splitnade? Oder irgendeine Nade? Die Schaden macht. Nur, aber ich hab' ich's volleschen. Vorsicht, Paul, da ist noch ne Buch. Oh, da ist Kapkan. Da ist die Buch. Wo ist Kapkan? Da hinten. Hinten, links. Durch die Tür. Äh, von wo? Paul, bei der Tür? Da. Äh, oben, Ben, Benet ist oben, Benet ist oben. Jetzt ist er links. Benet ist oben. Jo. Aber, äh, ich weiß nicht, der Mute ist, äh, mega lit. Den hab' ich redig fett. Ich hab' die begeben. Plan. Benet war's. Plan. Kommer. Oh, von mir. Digga, plan. Plan, 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 plan. Reck' meinen Arsch. Weiß auf die Camp. Kann mal hinten die Tür. Paul. Äh, da ist noch, da ist noch. Hinten, hinten, ping, 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 ping. Wieder rausgegangen. Hi. Oh, Scra, alter. Nice Runde. Wuh. Du, du, papa. Weil, ihr wisst ja grundsätzlich, in der Kürze fliegt die Würze. Fliegt die Würze. Das ist Justus Leben. Damit kennt sich Marvin aus. Ich wollt grad sagen, damit kennt sich Marvin aus. Du bist damit angefangen, Marvin. Und du hast es beendet. Das stimmt. Digga, wie kannst du eigentlich erster sein, wenn du keine vier Assists hast? Ja, weil ich den, weil ich den wichtigen Part mache. Du bist hier Master of Finding Bombs, oder was? Äh, ne, Master of Planting. Stimmt. Planken. Das gibt ja über 1000 Punkte. 100 Millionen Milliarden. Digga, pitt doch mal. Alter. Wie soll ich hier stehen? Warte mal wieder kurz. Ich muss mich kurz konzentrieren. Wieso kann man direkt alle beiden Dinger nicht auf der Treffer positionieren? Sledge hat auf jeden Fall Frags. Okay. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich przypad schゃ 24. Irgendwas seilt sich hoch? Solange er keine abseilt Der war richtig schlecht, Alter Ich weiß Ich muss Fenster hören Ich glaub auf A kriegen wir Besuch Knopf ist schon drin, ne? Ja, wir kriegen definitiv auf A Besuch Ich werd hier ausgedrohnt Im Gang wird nichts gerannt Okay die haben, Achtung hier ist Nomad Also hier sind Nomad Teile Da hinten läuft gleich an der Band Achtung hier Hier sind lauter Nomad Teile Links in der Dusche ist hier einer Ey das ist Yosef! Ging's in der Dusche hinter dir Marvin Nomad Teile, Nomad Teile, ich brauch Hilfe Ash ist noch im Bart Pascal! Nur noch ein Gegner Ist Ash der letzte oder hast du Ash? Nein das war Nock! Dann ist Ash der letzte im Bart Pass auf Pass auf, warte, warte da einfach, warte da einfach Ihr entbeidet die Sachen ab Ich hab die noch gar nicht gesehen Ich hab die noch gar nicht gesehen Ich brauch's unbedingt einen zweiten neuen Monitor An dem einen Monitor ist schon ein grüner Punkt der nicht rausgeht Aber der im Monitor selber ist Ist uncool Ist zwar nur vielleicht so Wir haben seit Anfang an einen roten Punkt Der kleine grüne Punkt Der kleine grüne Punkt ist vielleicht nur so groß wie Jussos Schlong Aber trotzdem nervt er mich ein bisschen Ich hab jetzt ne Lila Ne Rindermarkierspraydose geholt Um dir dieses Highlight zu markieren Ich hol dir jetzt gleich erstmal einen Notizblock raus Kreuz Alter Sorry bei dir What is going on here Ich hab hier versucht eine Drohne durch Dronehole zu erschießen Und dann sprintet mir die Valkyrie vor die Fresse Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Auf feindliche Aktionen vorbereiten Meine Kerlchen sind in Position Mästchen in Formation und Einsatzbereit Wo? Lech Familie Garage Garage Hi Pascal Hi Pascal Und zwar Ist der da drin? Er ist drin Garage drin Oben Über mir Über mir Bin geflasht Welches Fenster? Genau über mir Das Fenster Ist er tot? Nein das war Sophia Ist er tot? Ist er tot? Da ist noch jemand Da ist noch jemand Darum scheint niemand mehr zu sein Doch hier Klar gibt's denn Mit du Sehr schön Ey die machen das richtig geil heute ey Was ist denn hier los? Hier draußen ist jemand Wo Papier ist Mach da wieder zu Der ist ja nach vorne Ist defuser hier oder? Injured Du wirst nicht schlecht wenn du in dieser Zone bleibst Du bist aufgeflogen Was ist los hier oder alter? Ja ich hab keine ahnung Ich rasier mal ein bisschen durch ne? Läuft richtig hier Nie draußen ist niemand mehr Leute lass mir bitte mal Hopper wir es Lass mir mal ein bisschen durch ich meine ich meine ich meine ich meine ich meine ich ja ich hab den ding die digga digga du hast mir mein ace geklaut deswegen bin ich jetzt gestorben noch ist zwischengeschossen noch ist auf den stairs chillt einfach bitte ich höre ja wenn sie da in meine gruffhalle tritt paul chill ich muss nach der runde da immer ganz dringend wasser lassen das ist zu viel für meine blase ja ja den dronen jahr bau also paul eilig paul jetzt ist er nicht was ha stand hat paul hast du da versucht zu pieken durch die rote nun in der alter 852 ich würde sagen absolut deserved mvp geist leute die runde war auch wieder dafür verdient silber 5 leute ich würde sagen wenn es euch gefallen hat ihr wisst bescheid nach oben da abo nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wir sind aus macht's gut peace out und ciao